Hallo meine liebsten Schauer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Part, Folge, einer weiteren Folge von Dead Space. Wir werden jetzt mal die Platine hier einsetzen. Platine reinstalliert. Systemneustand abgeschlossen. Ah, gut. Dann kann ich jetzt wohl hier hingehen und dann mal gucken, was geschieht. Marathon abgeschossen. Monorail wird angefordert. Alles sauber. Okay. Nächster Halt. Flugdeck Monorail Steuerung. So. Wir sind an Bord. Das Dach wurde getroffen, aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei. Aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Du und Johnston rebeliert die Kallion. Wir melden uns auf der Brücke. Standard-Notfallprotokoll. Protokoll? Wir sterben Menschen, Hermit. Ich werde nicht noch mehr verlieren. Halten wir uns an die Vorschriften, dann schaffen wir es auch. Hoffentlich. Okay, kehre zur Kallion zurück. Okay, jetzt dadurch zum Aufzug. Bevor wir das aber machen... ...wann mal kurz absteigern. ...wann mal kurz abweichern. Nacht, du blöder Stuhl, du. So, warte mal. Ja, jetzt haben wir hier rum, rum, rum. Hm? ich traue dem frieden ja nicht weiter als ich den elefanten werfen ehrlich nicht leute ok ich war doch mal ist hier vielleicht noch ne werkt ne schau ich dachte ich könnte hier was ändern ok sage ich doch so jetzt erst mal gucken wo ich jetzt hin muss hier haben wir einen gang entlang das ist weiter hier noch bin ich beinahe übersehen also also was ich gerade sagen wollte wenn das sehr ernstvoll wäre mir wird der Arsch so auf Grundeis gehen aber mal ehrlich Leute schreibt das mal in die Kommentare wie ihr euch jetzt wenn das jetzt ernstvoll wäre und ihr sagt wie würdet ihr euch fühlen also mir wird der Arsch so dermaßen auf Grundeis gehen ich würde mich also ich würde mich so einscheißen ich würde mich einscheißen ich würde mich im Sekundentakt einscheißen ich würde mich ich werde mich um so kontakt einscheißen aber wirklich die erste begegnung und ich werde tot so warte mal jetzt muss ich auch hier doch noch mal den hier benutzen kann nur einmal komplett aufladen da ich ja jetzt nicht weiß es kommt jetzt keine einzige ladestation mehr oder speicherstation oder wie auch immer ich 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 bin auf der Brücke, aber hier sind keine Überlegenden. Daniels versucht auf den Hauptrechner zuzugreifen. Okay. Na, ja. Aber jetzt nur geradeaus weiter. So, aber ist hier vielleicht noch irgendetwas, was ich mitnehmen kann? Ah, hier hat er doch einen Speicherpunkt. Gut. Ja, noch vielleicht irgendetwas. Ja, gut. Ich kleiner Speicherjunkie. Okay, der wird geballert. Zumindest hört er sich das gerade so an, als ob der geballert wird. Ja. 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 Ich hätte mitkommen sollen. Äh, warte mal. bevor ich jetzt irgendwas mache ja sie hätte mitkommen sollen ja wieder mit den gebrochenen knöchel kommt ihr doch gar nicht weit geht doch gar nicht hier oh fuck oh Das war's für heute. Oh! Mit den Codes des Käpt'ns. Suchen wir Käpt'n Matthias. Track seinen Rigg. Okay. Okay, hier. Käpt'n Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht, er ist verstorben. So Gott, der Käpt'n. Oh Gott. Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Käpt'ns und hol die seinen Rigg. Mit den Codes können wir... Was war das? Jim. Oh Gott. Hammond, raus! Hammond! Hammond! Scheiße! Gut. Okay. 59 Schuss hab' ich noch. Gibt's ja vielleicht noch mehr Lieblings? Nur nichts übersehen, Leute. Nur nichts übersehen. Oh Mann, ich seh' aus wie... Ich seh' aus wie... Ich seh' aus wie... Ja. So seh' ich aus. Warum hab' ich hier vielleicht... Ne, dachte ich mal, da wird das... Ich seh' mal looten. Oh Mann, da... Blues an die Speierstation raniere. Ohi doki. So. Okay, warum... Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Wo muss ich hin? So, warte mal. Bin ich jetzt hier wirklich richtig? Ne. Ich glaub' genau in die falsche Richtung. Ich muss genau... Die falsche Richtung. Aber ich Ich automatschge mich an. Ja. Oh man, Mary. Kann ich das auch settreten? Nein. Da hat jemand Kohle liegen lassen. Wäre schön, wenn es in Wirklichkeit auch immer so wäre, wenn man hier immer so tausender findet, da mal ein Hunderter. So. So, warte mal. Wie viele Munitionen haben wir noch? 60 Schuss. So, Midi-Pack habe ich ja noch. Aber ich brauche mal unbedingt eine Aufladestation für meine Stasi-Geschichte. So. 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 Alles klar! Ja, den... 1200... 2000er! Gott, das ist aber teuer, du! Das ist aber teuer, du! So, warte mal! Achso, gut! Äh, Anzug-Upgrade! Wer ist denn der Invitable of Assons Slots und vielleicht 15 Punkte zur Rüstung? Machen wir den! Ja, aber der sieht auch nicht schlecht aus, das weiß ich aber nicht, ist der jetzt optisch einfach nur anders oder ist der vielleicht auch so ein bisschen besser? Nix genaues weiß man nicht! So, warte mal ganz kurz! Ich wollte doch jetzt eigentlich... Komm, hier was machen? Warte mal, wo war denn jetzt hier noch meine Speicherschätzung? Ach, hier war ein Scheiß drauf, komm, gehen wir weiter! Nee, machen wir nicht! Ich gehe nicht weiter! Ich bände hier die Folge! Ich bedanke mich für das Zuschauen, wenn es gefallen hat! Däumchen Abo! Und wir sehen uns auf der nächsten Seite! Und wir sehen uns auf der nächsten Seite! Bye, bye! Tschüss! Tipp! MKD capitalism! Vielen Dank.